Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute spielen wir Roblox, äh, Blade Ball und, ja, würde ich sagen, geht's auch direkt los. So, äh, ist das Weihnachtsevent. Warum sind die überall, äh, so Weihnachtssocken? Aber gut. Oh. Gut, gute erste Runde auf jeden Fall. Das war sehr stark von mir gespielt. Bin direkt als erstes dran, das freut mich und ich werde wahrscheinlich gleich wieder am gleichen sterben. Oder auch nicht. Alles klar, der Ball. Gut, ich glaube, der Typ ist einfach Ravkar gewesen. Oh, ich werde das da oben mal zu machen. Oh, ne, nicht schon wieder. Gut, dann geht das jetzt erstmal so ein bisschen. Oder auch nicht. Alter, da war's ne Explosion. BTF. Was ist denn? Gut, ich glaube, da kann ich mit meiner Standardfähigkeit nicht wirklich mithalten. Mein erster Kill. Ich denke, es geht eher nachkampf und steht nicht jahrelang rum. Das ist mal ein Vorteil. Äh, okay. Was war das? Der Ball hat mega rumgeleckt gerade. Gut. So. Das war's mal wieder komplett. Mal gucken. Wir sind ein zweiter. Mal gucken, ob ich diese Runde auch wieder so gut abschließe. Wahrscheinlich nicht, aber man kann ja mal hoffen, ne. Wie lag das Spiel? Mega. Oder es trischt einfach. Der Ball hat sich einfach teleportiert letzte Runde. Der Ball hat sich einfach teleportiert letzte Runde. Okay. Äh, ja gut. Der hat ja schon mal gewonnen. Das ist 2 versus 2. 1 versus 1. Das ist 2 versus 2. Und der hat einen Schneemann. Ist das ein Schneemann? Ich glaube, es war nie Maut, oder? Ich würde sagen, er hat einen Schneemann auf dem Rücken. Ja, das ist definitiv nie Maut. Der Ball hat aber einen Schneemann. Entweder ist es wirklich eine Fähigkeit vom Spiel, dass der Ball so rumleckt, oder es war mit dem Internet gerade. Hat mir gerade ein mega Bruch. Das läuft schon wieder so. Super. Der Ball ist noch so langsam. So, was denn? Okay. Gut. Jetzt noch der letzte. Mal gucken. Ist wahrscheinlich der komplette Reinfall, aber... Mal gucken. Oh, ich bin direkt wieder dran. Eigentlich muss man als erstes die Leute raushauen, die auf K sind. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. er hat sich diese kurzen klauen da geholt wenn ich gegenseitig umgebracht war das wieder in den topf hier und ich habe einfach ein mal über bekommen was denn oder echt nicht umgelegt Er steht halt nur rum, das ist voll nervig, ja gut. Der erste AFK-Spieler ist schon mal raus, das ist doch super. Ich wusste, dass er noch so viele Spieler spielt, aber anscheinend tun sie es doch. War ja mal mega am Hype, das Spiel. Aber was bei ihm los war letzte Runde weiß ich auch nicht, der hat sich irgendwie selber umgebracht oder so. Keine Ahnung was seine Miss-Zone ist, aber ich glaub da hat irgendeinen Plan oder so. Und er ist schon wieder. Ja gut, ich bin nicht dran. Alter, da war der schnell, okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht direkt draufgebe. Ja, direkt ist übertrieben. Ich will es ein bisschen erstmal vom Ball fernhalten und aufpassen, dass keiner hinter mich kommt. Ich glaub das ist genug Strümpfe hier bei diesem Weihnachts-Event zum Sommer, bis Weihnachts-Event schon lange vorbei, aber naja. Wie viel find ich die Explosion cool, die Krill-Animation. Ich glaub das ist aber von dem Schwert an den er hat, die Explosive oder? Keine Ahnung. Irgendwie mal halt irgendwas aktiviert, dass man keine Fähigkeiten mehr machen kann. Okay. Ich versteh schon. Ich versteh schon, wie das hier läuft. Ich bin jetzt hier für ein Minute. Hands cleansed as I walk through the fire. Hö, was da? Jetzt geht's ab. Naja, dem ging's genauso, Henry. Wie in der letzte Runde. Da kommt man irgendwann nicht mehr mit, Junge. Das ist übertrieben. Das ist ein Ding. Der Brick kommt auch nicht mehr mit. Das ist ein Symbol, den wir mal gekauft haben, der für mich immer wirklich immer. Das ist ein Symbol, den wir mal bekommen haben. Das ist ein Symbol, den wir mal bekommen haben. Das ist ein Symbol. Ey, ich glaub ich hab diese Runde 3 oder 4 mal den Ball gehabt. Das ist ja super. Ich weiß aber, das war schon ne Kurve. Dankeschön. Bruder. Oh, oh ja. Ey, da leckt das dann. Bruder. Der glitcht sich aber überall hin. Was denn? Ah, mal gucken. Bei der Runde nimmst Glück. Mal gucken, ob diese Runde wieder so gut wird. Jetzt mal wieder die Fähigkeiten gesperrt. Obwohl ich meine Fähigkeiten sowieso fast nie einsetze. Der liegt einfach im Schnee. Der liegt einfach im Schnee. Okay. Das ist doch ein Schneeengel. Ich könnte einmal alle vorne weggehen. Dankeschön. Ich hab mich schon ein bisschen eingeengt, oder? Wie viele Leute. Oh nö. Oh Gott. Der ist das die ganze Zeit mit seinen Fähigkeiten irgendwie wegmachen. zu glück ist die labina nicht so gut alter was ist mit dem ball los so hat ihn eingefroren glaube ich er dort ist dass er da oben aber dann ist er hier unten mit den krallen gut er ist tot allerdings seine fähigkeiten und endlich auf nutzen überhaupt schon ball gehabt ich glaube nicht so damit würde ich das video für heute auch glaube ich erst mal hier stehen lassen ich habe heute durch vier runden gewonnen wenn ihr noch mehr sehen wollt könnt ihr mal reinschreiben und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video bis zum nächsten mal